Ich muss auf andere Gedanken kommen. Glücklicherweise ist die Stadt voller Ablenkung. Und die können sich nicht verstecken. Okay, dann schauen wir doch mal, was wir hier so für Leute haben. Wir sollen uns ein bisschen ablenken. Dann öffnen wir mal den Profiler. Ein Babysitter, der als Geschworene abgelehnt wurde. Ah, da haben wir ein Auto bekommen. Was ist damit auf sich, hat keine Ahnung. Der ist Nikotinsüchtig. Irgendwann werde ich dem CTOS danken müssen. Ein kleiner Hack ihrer Gesichtserkennungssoftware. Und ich habe Zugriff auf jedermanns persönliche Daten. Oh, ein mögliches Verbrechen. Eine Prozituierte. Ja. Oh, ich hab ihn. Ah, ja. Den haben wir mal lieben um 500 Dollar erleichtert. Das ist sehr schön. Dankeschön. Das haben wir ja noch so. Schauen wir mal kurz hier runter. Alles klar? Ja, Rom. Weil du mich wie Dreck behandelst. Tu ich? Ja. Das weißt du doch genau. Ich behandle dich also wie Dreck. Ja? Doch, das tust du, ja. Du behandelst mich wie Scheiße. Willst du mich verprügeln? Nein, das will ich nicht. Nein. Klar. Und ja, du Riesenkerl. Klar willst du mich schlagen. Denn das ist das Einzige, was du immer wolltest. Na los so. Komm schon, hau mir eine Rast. Das fühl ich nicht. Nein. Dann fühlst du dich... Dann fühlst du dich wie... Dann fühlst du dich wieder wie ein Mann. Ah. Willst du das? Verdammt. Hast du dich dahinter? Ein Kerl? Hä? Fick dich. Fick dich. Ich bin weg. Ich hole meine Sachen. Nein. Bitte. Aber... Es tut mir leid. Es tut mir leid. Gut, sie hat ihn mehr als nur provoziert. Da können wir noch zuhören. Das ist nicht mehr so, wie als wir noch Kinder waren. Wir konnten dem ausweichen. War nicht leicht, aber es ging. Heutzutage hast du keine Wahl mehr. Der Junge von meinem Nachbarn bleibt nur noch im Haus. Geht nie raus. Nur zur Schule und in die Kirche. Das war's. Scheiße, stell dir das mal vor. Die ganze Kindheit nur drin. Das ist doch echt falsch. Er will einfach keinen Ärger. Und dann später aufs College. Und das alles hier hinter sich lassen. Ich hoffe, er schafft das. Hoffe ich echt. Recht interessanter Gespräch, die man da haben kann. Die hatten wir nicht. Aber wir hatten hier noch einen Geldautomaten. Weil wir hatten ja gerade ein paar Leute gehackt. Und damit wir das Geld auch haben können, müssen wir einen Geldautomaten und da noch ein bisschen was rumhacken. Und wir haben jetzt 1460 Dollar dazu bekommen. Was doch sehr nice ist. Für Schwarzhandel mit Tickets verhaftet. Aha. Gut, aber wir hatten noch ein mögliches Verbrechen, das wir vielleicht verhindern müssen oder so. Und deswegen schauen wir mal, dass wir hier vorbeikommen. Ah, da ist noch eine mit dem Bankkonto, das wir hacken konnten. Nochmal 280 Dollar. Sehr nice. Da können wir zuhören. Ah, du wirst lachen. Nein, versprochen. Ich erzähle dir eine geheime Fantasie von mir. Aber dann erzählst du mir eine von dir, okay? Deine ist sicher viel interessanter. Okay, hör zu. Ich wollte es schon immer unter Wasser machen. Weißt du, so ein Mittelmeer mit einer teuren Yacht. Aber wo soll das Geld herkommen? Oder die Yacht? Also habe ich auf eine Kontaktanzeige geantwortet. Ehrlich? Aha, was? Erst bist du dran, dann wieder ich. Ähm... Nö. Komm schon, ich lache auch nicht. Also... Ich wollte immer mal eine Farm haben. Was? Das ist so albern! Oh mein Gott! Was haben wir hier? Eine aufstrebende Künstlerin. Uua! Volles Bankkonto! 1660 Dollar! Okay. Er ist hier im Tor. Ich muss vorsichtig sein. Ohne den Kleiner. Mal sehen, was der Profiler sagt. Ja. Schauen wir mal. Wenn das CTO ein potenzielles Verbrechen erkennt, erreichen Sie das Zielgebiet. Lassen Sie den Profiler. Lassen Sie sie nicht entdecken. Warten Sie auf C2S Annahmen bevor Sie einschreiten. Es ist besser für Ihren Ruf. Inselnverbrecher fangen, ohne ihn zu töten. Gut. Schauen Sie, dass wir ihn fangen, ohne ihn zu töten. Da können wir jemanden hacken. Ah, wir haben einen Song bekommen. Und noch ein Bankkonto gehackt. Da drüben können wir noch jemanden hacken. Gut. Das ist die Idee. Jetzt muss ich nur noch die Suche halten. ...leute Zugang zum Luftraum. Eigene Drohnen? Wozu? Das ist doch krank. Lauter Typen in Hobby-Kellern basteln sich ihre Roboter oder schicken Raketen ins Weltall oder was weiß ich. Sehr wahr. Sie sollten Sie alle verhaften, Mann. Sie sind ein Gehirn. Dann verhaften wir Sie. Was geht denn in so einem Gehirn vor, dass er sich eine Drohne bauen muss? In der Schule gemobbt? Eingesperrt. Ben. Eingesperrt, weil er ein kranker Wichser ist. Ist das die Anfrage? Das ist die Anklage. Sir, Sie werden angeklagt, ein kranker Wichser zu sein. Ende. Oh, und weißt du was? Wow. Das ist einfach geil, wie wir hier einen Poller einfach hacken können. Was haben wir hier drüben noch? Ich kriege nie wieder an. Mach das nicht. Du übertreibst. Was? Du hast so getan, als wärst du schwanger? Weißt du, wie krank das ist? Ich hatte Angst, dass du mich verlässt. Wollte ich auch. Und jetzt tu ich. Oh, oh. Was muss die Frau sein, die der Typ macht? Ah. Wer ist in der Nähe? Ich kann es sperren. Na sauber! Ein Spinner mehr! Hey! Wir müssen reden! Da gibt es nichts zu reden! Kapier's! Es ist aus! Du hörst dich gewaltig! Ich bin nicht fertig! Schau endlich ab! Ab! So, ich hab grad mal hier hinter ihm was gesprengt, damit er abgelenkt ist. Und wir jetzt ihn schnappen können, damit er die Frau nicht angeht. So! Und dann einmal ausschalten den Kerl. Jo! Wir haben grad den Verbrecher neutralisiert. Und unseren Ruf verbessert damit. Nein! Sehr nice Und wir haben anscheinend ein neues Level bekommen und können neue Fertigkeiten vergeben Aber ich glaube den Fertigkeitenpunkt heben wir mal ein bisschen auf, damit wir zum Beispiel Hier drüben auf den Gelddorf-Nomaten gehen können, auf den Heckboost Das vielleicht Ah, da haben wir ein Geld Ah, wir werden angerufen Nicky, hey, ich weiß, ich weiß, die Party läuft schon Sie ist fast vorbei Wo bist du? Ich bin unterwegs Ach, du machst mich irre Jackson hat sich wirklich darauf gefreut Bitte beeil dich, du fehlst uns Ihr mir auch, bin bei Taten Sorry Nick, ich muss da ran Ich seh euch bald Gut, du bist raus Hey, wenn du mal ne Karre brauchst, ruf mich an, ich erledige das für dich Geld brauchte Autos? Willst du lieber zu nem richtigen Autohändler gehen? Ich stelle keine Fragen und der Typ besorgt mir jedes Auto Und dir auch, wenn du willst Na vielleicht Wie geht's Maurice denn so? Oh, dem geht es ganz wunderbar Ich werde ihn an meinem Ablegeplatz Ähm, ablegen Ich brauche ihn lebend, Joey Ja, ja, lebend Na klar Entspricht nicht deinem Naturell, hm? Ich würde ihn abknallen und gut Aber hey, du bezahlst Ich halte ihn am Leben, solange du willst Ich will schließlich meinen Check Okay Wir können jetzt Ah, wir können jetzt Autos kaufen Autos auf Abruf Okay, da können wir jetzt Autos kaufen Nicht während laufenden Missionen Okay Gut Ich kann Fahrzeuge freischalten, indem ich sie fahre Oder Zivilisten hacke Ah, das war das, was wir anscheinend vorhin gemacht haben Da hatten wir eine Frau gehackt und dann anscheinend ein Auto bekommen Jetzt können wir die also direkt Auf Abruf liefern lassen, das Ding Sehr nice So, was haben wir hier noch? Da können wir noch einen hacken Nochmal 420 Ah, mögliches Verbrechen Potenzielles Verbrechen erkannt Gut, schauen wir mal, ob wir hier ein Auto kriegen Da haben wir die App Motorrad Muscle Cars Müllwagen könnten wir uns holen Tieflader Ne, ein Truck Die Kleinen anscheinend auch nicht Leistung Sport Ah, ein Corti oder ein Kirscher Schauen wir mal in die Muscle Cars Nehmen wir mal ein 571 Alles vorbereitet Viel Spaß Ah, da drüben steht's Da kann man hacken Wie willst du das wieder gut machen? Ich kann echt super massieren Gut so, bei dem ganzen Stress, den du mir gemacht hast Ich kann auch erotische massagen Oh, echt? Auch mit Öl? Bin ganz ohr Du bist gerade Teil der Größenkirche Da kriegt man den Systemschlüssel mit Ich find's echt cool gemacht Wie hier das Spiel Aufbereitet ist Das Wetter Also ganz ehrlich Der Himmel mit den Wolken Sieht Relativ echt aus sogar Bäume Sau geil Die Menschen Da brauch ich eh nicht drüber reden Jeder Kerl ist hier anscheinend individuell So, wir müssen mal schauen Ob wir hier über die Straße kommen Oder ob uns das verwehrt bleibt So, nach dem ist es anscheinend frei Ah, da konnten wir was hacken Ah, da kriegt man ein Auto Okay, jetzt haben wir anscheinend das Ding abgebrochen Aber wir haben den Amargosa Turbo Und wir haben hier das Auto, das wir bestellt hatten Dann fahren wir mal raus auf die Straße Wow, Alter, lässt sich das scheiße steuern So Haben wir schon wieder Rot Scheint mal auf Grün Nie wieder bei Rot über die Ampel fahren Hey, das ist geil Nein, das nächste Mal müssen wir hier ein Verbrechen verhindern Wow Zu weit gefahren Oh, sorry Die Ampel wollte ich nicht mitnehmen So, jetzt sind wir hier am Rande des Verbrechensgebietes Dann halten wir mal hier Was haben wir hier noch für Leute Ah 320 Dollar auf dem Konto Was haben wir hier noch Ah Jetzt mussten wir schnell hier weg Weil der uns gesehen hat So, jetzt müssen wir den schnell holen Weil der gerade ein Feuer legen wollte, der Kerl Hast du hier gesagt, sie soll sich von Femden fernhalten? Nein, sie ist zu klein und zu vertrauensselig Wie ein kleines Entlein, das einfach überall hinterher wartet Ich musste mich schon ein paar Mal entschuldigen Nur weil ich mich an andere Eltern dran gehängt hat Und einfach so mit denen mitgegangen ist Na geht doch, haben wir ihn So, dann schauen wir mal, wo wir unser Auto geparkt hatten Das müsste ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, hier irgendwo sein Sieht aber nicht so aus Da kann man was hacken Noch ein Bankkonto? Nee, doch nicht Bitte nicht Ah, ein interessantes Objekt Nein, bitte Die hat Musik auf dem Handy, die wir nehmen können Die hat ein Auto Meine Fresse, wir können hier echt alles mitnehmen Da können wir noch jemanden hacken Ja, sorry, dass ich fahre wie ein Irrer Aber leider Ging's nicht besser So, was haben wir hier? Ah Öffnen 656 Gold Äh, Gold Ja klar, Gold Dollar Wir zocken ja keine Wir zocken ja nicht mehr Venedica, wie vorher noch Sondern wir zocken jetzt Watch Dogs, was in der Heuze Zeit spielt Und ich wollte eigentlich die Karte öffnen Und nämlich hier hochgehen Das wollen wir uns mal zeigen lassen, wo wir lang müssen Dann fahren wir mal Oder ich würde sagen Ich bin den Motorrädern ein bisschen abgeneigt Weil wenn die Autos sich schon so scheiße steuern lassen Würde ich die Motorräder nicht erwischen Was ist das jetzt? Okay, wir haben hier ein Lied Sehr schön So, was haben wir hier noch auf dem Auto auf Abruf Nicht verfügbar, weil ich mich zu schnell fortbewege Ist klar Sehenswürdigkeiten Okay Keine Sehenswürdigkeiten da Autsch, das war ein kleiner Rempler Sollte nicht sein, dann heizen wir jetzt mal hier nach Norden Oh yeah Bei guter Musik Einfach mal ein bisschen nach Norden heizen Dann holen wir mal raus, was aus dem Auto rauszuholen ist Alter Das lässt sich sogar gar nicht so schlecht steuern Meine bisherigen Erfahrungen mit den Autos waren ja, dass sie sich ziemlich schlecht am steuern lassen Weil die gerade am Anfang ziemlich schnell weg sind Aber das hier ist eigentlich gar nicht so schlecht Autsch So Wir haben schon wieder ein Verbrechen erkannt Ganz ehrlich, nee, wir machen mal Hauptstory weiter Ah, jetzt da Ich war seit der Beerdigung nicht mehr bei Niki Bin nicht so weit Bei Jacks letzter Party sang Wiener ein schiefes Happy Birthday Laut und hemmungslos Jetzt Fürchte ich die Stelle Okay, dann fahren wir mal rein Wir sind hier anscheinend in der Gated Community oder so Was haben wir hier noch für Leute rumstehen? Können wir hier vielleicht noch irgendwo ein Bankkonto räumen? Da kann man nur zuhören Das muss jetzt nicht sein, gerade auf einer Mission Die hat ein volles Bankkonto Bodyguard 1400 Autor So kommt man auch an Geld So Hier sollen wir hin Machen wir mal das Handy zu Und gehen mal hinten rum Denn hier wohnt Anscheinend Anscheinend wohnt hier Die Schwester von Aiden Zusammen Mit ihrem Sohn Wie alt warst du heute? Zehn Nein, du bist noch neun Nein, zehn Neun Zehn Neun Zehn Gut Wenn es so ist, gibt's zehnmal Geburtstagskitzeln Was? Eins, zwei, drei, vier, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Zehn Zehn Warte mal bitte Also Ein ganzes Jahr um Zu spät Ja, vielleicht nicht Wirklich Komm her Lass dich mal ansehen Du wirkst älter Ah, nett Vielen Dank auch Ist dein erster Geburtstag ohne Lina Wie geht es Ihnen? Redet immer noch mit keinem außer mir Jolanda sagt, das sei seine Art etwas Kontrolle zu behalten Jolanda? Ja, seine Therapeutin Und sie hilft ihm Es läuft gut Nur halt langsam Es ist schwer, aber wir schaffen das Jax Hey Ich komme zu spät Kriege ich Kriege ich ne Umarmung? Wow Bist du Groß Hey, was, was hast du denn da? Wow, der Heiler Cool Hast du ihm was echtes geschenkt, hm? Bring deine Spielsachen hoch Ich will mit deinem Onkel reden Ja, ich komme sofort nach Das ist wichtig Dass du hier bist Aber ich muss sicher sein, dass sich was geändert hat Ich verspreche's Du und Jax Ihr seid die wichtigsten Menschen für mich Ich werde nie aufhören, auf euch aufzulassen Stets der große Bruder, hm? Ja Das letzte Mal, als ich hier war War Linas Geburtstag Jackson himmelte sie an Wie wir alle Tja Aber Lina wird Nicht mehr kommen, weil sie leider tot ist Traurige Sache Aber gehen wir mal rein ins Haus Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal